Dazu. Ich will hier auch nicht sein. Mhm. Ach. Oh Gott. Gibt es nur den oder gibt es hier noch andere? Das weiß ich nicht. Oh, wenn das hier... Okay. Okay, da... Was ist das? Nach was sieht es denn aus? Ich hab keine Ahnung. Sieht aus wie ein Huhn? Ein schwarzes Huhn. Wie nennt man schwarze Hühner? Okay. I don't know. Könnte sein, ja. Okay, nee, das sieht aus wie... Das Ding, nur noch nicht aufgest... Oder so. Och Mann. Ja, ich bin ein Angsthasen. Kein Problem, kein Problem. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch an manchen Stellen so ein mulmiges Gefühl und hab dann gedacht, los, jetzt ziehst du es durch. Was soll schon passieren? Ach Gott, muss ich erst den oder... Oder erst die und... Ach. Ach. Ich fühl mich jetzt schon überfordert. Okay. 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 Also, die erste Idee, die du hattest, war ja schon gar nicht so schlecht. Deswegen, also... Okay. Also, zu dem Typen. Zu dem Großen. Dann bleibst du. Na, 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 na. Dann kann ich nicht einfach weiterlaufen und den komplett ignorieren, dass der überhaupt hier existiert. Du könntest... Du könntest ja. Hey, ich hab grad irgendwas laufen gehört. Hm. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht von woanders her. Also, es kann ja sein, dass du dich schon wieder irgendwelchen anderen Feinden genähert hast. Hi. Okay. Ich ignorier dich. Du existierst hier nicht. Und ich seh deine Tür. Ich seh deine wunderbare Tür. Diese Tür wird bestimmt richtig gut sein. Das ist sie... What the fuck war das? Was war was? Das hat sich gerade angehört wie eine Kuh oder irgend sowas. Ah, die... Die ist von der anderen Seite verschlossen. Oh Gott, ich hör eine Spieluhr. Spieluhr und sagen, sie nichts Gutes. Oh Gott, da oben läuft ein Hund oder so. Da läuft ein Hund. Ah, ich hab nichts. Oh nein, ich lenke... Nein, hör auf. Warten... Wenn's lenken sollte, warte lieber ein kurzes Stück. Okay, das sind zwei Hundis. Okay, das sind zwei Hundis. Zwei Hundis. Zwei Hundis. Zwei Hundis? 200 Euro? Ja, zwei Hundis. Oh Gott, das sind nicht nur 200. Okay. Das sind zwei Hundi und noch zwei andere. Und irgendeine Spieluhr. Hi. Hi. Hallo. Hi. Oh Gott, das sind drei. Okay, okay, der Hund hat mich gesehen. Nein, 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 nein. Geht wieder weg. Geht wieder weg. Ich bin hier gar nicht. Oh Gott sei Dank. Okay. Cool. Hey, hey, guck mal. Hey, hey, guck mal. Ja, genau du. Nur du. Nur du. Ja, ausgerechnet der. Na toll. Nein, 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 nein. Ihr seht mich gar nicht. Ich bin nicht hier. Du siehst mich nicht. Ich bin hinter einer Wand. Bin nicht existent. Ich mach mir die Augen zu. Jetzt könnt ihr mich alle nicht mehr sehen. Genau, genau. Also was ist dir lieber? Zwei Hunde und so eine Patrouille oder? Ich würde ja gerne jetzt eine Mütze werfen, aber ich habe gerade keiner da. Ah, nein. Nein, nein, nein. Nicht nur der, der die da. Jetzt wird jetzt. Komm. Komm, komm, komm. Ja, komm her. Komm, noch einen Schritt rein. Nicht nur der, der das ist. Oh. Ah, hättest du richtig gestanden? Hättest du dem sogar jetzt. Hä? Lol. Ja, weil er mit links schießt. Wer schießt denn auch mit links? Los. Okay, und weg. Bevor was Neues kommt. Und eventuell. Oh, nein, der Hund. Der Hund. Los, 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 ran. Bringt ja nix, da jetzt den rankommen zu lassen, bis er dich sieht und du noch weit weg bist. Was macht ihr zwei da oben? Und ich würde ja sagen, wenn du von so vielen Gegnern überwältigt bist, wäre volles Leben nicht schlecht. Bitte? Wenn du von so vielen Gegnern überwältigt bist, wäre volles Leben nicht schlecht. So, ja. Da hast du natürlich recht. Ich meine, es kann auch passieren, dass du die alle wegmetzelst, ohne dass es schlimm wird, aber... Alter, ich mag dieses Spiel so gar nicht. Das ist echt das... Ist er wieder der Schiff? Der sieht dich wieder, derjenige, der nicht rankommt. Also, die anderen sind blind einfach. Und ich glaube, die haben auch Unlimited-Immunie. Okay, okay. Okay. Die haben halt auch mal so viel Munition, dass das... Also, ich sehe nicht. Dass die nicht leer geht. Also, ich sehe den Hund. Oh Gott, das ist ein Hund. Und den Hund. Okay. Okay, es sind drei Hunde. Ja, es sind insgesamt drei Hunde. Das hast du gut erkannt. Ach, der schießt nur auf die Treppe. Komm doch einfach ein Stück mehr ran. Nööööö. Ach, Mann. Ja gut. Während der auf dich schießt, oder nicht auf dich schießt, kannst du ja wenigsten versuchen, Hunde zu pullen. oder drinnen abschießen, bis er tot ist. Hi. Wir machen ein Schießduell, ja. Er schießt scheiße und du triffst wenigstens. Und ich schieße besser, genau. So, Hundis, geht mal weiter. Ja, jetzt will er nicht mehr. Die Hundis tun gar nichts. Also irgendwie... Oh, jetzt... Ja, du hast ja auch auf den gezielt. Los. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Dreieck. Ich hab gemerkt, das war das Dreieck. Oh Gott, ich dachte, wir wären darüber hinaus. Auch voll nicht. Nein, doch nicht so. Alles gut, ich lebe, ich krieg das hin. Ja, aber das war voll so... So, er ist tot. Okay, ja. Hi. Hi, Hund. Das ist nur noch ein Hund. Das ist nur noch ein Hund. Das ist nur noch ein Hund. Ja, bin ich mir da nicht ganz so sicher, aber... Hallo, Hund. Hallo. Ja, vielleicht kommt dir noch was Böses. Von hinten. Ach, nö. Mich wundert es, dass der Oga nicht schon längst... Oder was auch immer, dass dieser Hulk da nicht kam. Ach, hättest du jetzt nicht deine Blattweil verbra... Oh nein! Nein, 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 nein! Ja, ich würde jetzt nicht in eine Ecke verschwinden, in der er dich noch leichter kriegen kann. Sondern lieber ein freies Feld. Und ein paar Sachen einsammeln. Vielleicht findest du ja zufällig eine Blattweil. Solange er noch nicht da ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hi, 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 du willst mich gar nicht, du willst gar nichts von mir. Ey, weißt du, was du noch in deinem Inventar hast? Was du auf ihn werfen könntest? Hä? Egal. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich fühl mich immer verordern! Ja, das ganze Zeit, der wird jetzt nur noch so... Also ich find den gar nicht so... Oh nein! Ich find den ziemlich harmlos, wenn der... Oh oh, Vorsicht! Oh, Leute! Was? Ja, du solltest nicht zu viele Hits versuchen reinzubekommen in den... Okay. Okay, okay. Oh man. Aber an sich war es nicht schlecht, nach seinem Angriff anzugreifen. Das war schon gut. Oh oh. Hey, du bist schon weit gekommen. Toll, ich darf den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Ja, und vor allem, du hättest wirklich mal deine Blutechos verwenden sollen. Zwischendrin. Ich sag dir das immer wieder. Ja. Aber gut, ich kann ja auch viel erzählen. Ich hab das Spiel ja schon fast durchgespielt. Ach, Mann. So, jetzt wieder bis zu der Stelle zurück und dann kriegst du dein Zeug wieder. Und wenn du es wieder hast, ganz ehrlich, also wenn du es schaffen solltest, bis zu deinem Blutfleck zu kommen, dann geh wirklich mal deine... Deine ganze Motivation ist einfach schon wieder so hin. Ich hab das Spiel also gar nicht geschaffen, ne. Es ist halt echt so... Also, wenn dich etwas motivieren soll, du kannst immer noch eine Playstation 4 gewinnen. Ja, das ist gerade jetzt auch im Moment schon echt nicht Motivation genug. Was ist denn ein Teufel? Ja, der bleibt da stehen, bis er dann... bis du dann irgendwo anders lang gehst. Oder du kommst von oben und haust ihn gleich um. Aha, so, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Aha, verstehe. Hm, diese ganzen Sachen sind miteinander ziemlich verwoben. Haha, okay. Interessant. Oh. Ach so. Oh nein, 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 nein. Okay, gut. Das hat gerade wieder angefangen mit Lenken. Oh, oh, oh. Nein, den anderen. Das heißt, den anderen anvisiert. Danke. Oh. Pff. Den einen anvisiert, den anderen hat's getroffen. Okay, das muss ich jetzt aber auch richtig verstehen, wie das gerade passiert ist. Okay, dann hätten wir ein Treffen, den er nicht anvisiert hat. Ja, hat daneben geschossen und dann zufällig hat die Kugel trotzdem was erwischt. Oh, Mann. Okay. Okay. Okay, du droppst mir nichts. Okay. Hm. Oh. Anvisieren. Die Taste hast du auch. So, wir sehen mir bitte den vorderen an. Du, Playgrain und Sand. Ist das fertig? Natürlich hat er genau dazu, wenn ich auch zu hoffen will. Ist okay. Ja. Ich hasse ihn. Genau. Die Leiche, die Leiche ist noch nicht tot genug. Hau auf sie drauf. Ja, genau. Die gehen noch dahinter, also es glaube ich dauert ein bisschen. Es ist auch voll... Hey, ich durfte ihn diesmal gleich sofort anvisieren, das ist mal was ganz Neues. Ja... Nein, da, da, na, ha, da, na. Okay, okay. Hier geht es mal alle weg, bevor ich zu dem anderen gehe. Hier geht es mal alle weg. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich bin ein Ninja. Ah, wie viele das auch sind da. Das ist... Das ist noch.